Die Copa Libertadores 1978 war die 19. Auflage des wichtigsten südamerikanischen Fußballwettbewerbs für Vereinsmannschaften. 21 Mannschaften nahmen teil. Es nahmen jeweils die Landesmeister der Conmebol-Länder und die zweiten teil. Das Teilnehmerfeld kompletierte Titelverteidiger circa Boca Juniors. Das Turnier begann am 5. März und endete am 28. November 1978 mit dem Finalrückspiel. Der argentinische Vertreter circa Boca Juniors gewann das Finale gegen Deportivo Cali und konnte seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Erste Gruppenphase Gruppe 1 Sternchen Entscheidungsspiel um den ersten Platz war nötig. River Plate gewann 4 zu 1 und qualifizierte sich damit für die nächste Runde. Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Zweite Gruppenphase Gruppe 1 Gruppe 2 Finale Gruppe 1 Sprecher 2 Gruppe 1 4 Gruppe 1 6rang und 3 Warst einigen 2 22 24